Hallo meine Lieben, heute geht es um einen etwas bekannteren vermissten Fall, und zwar um den vermissten Fall Monika Frischholz. Es ist Dienstag, der 25. Mai 1976. Die zwölfjährige Monika Frischholz erledigt am Nachmittag mit ihrem Vater, einem Frühpensionisten, ihre Hausaufgaben. Als Monika nun mit den Hausaufgaben fertig ist, fragt sie ihre Mutter, ob sie noch ein wenig nach draußen darf, da sie mit zwei Freundinnen verabredet ist. Monikas Mutter hat nichts dagegen, doch bittet sie Monika, nicht zu spät nach Hause zu kommen. Gegen 15 Uhr verlässt sie nun das elterliche Haus im Stieberweg über die Flosserstraße in Richtung des Ortskernes von Flossenbürg. Die Strecke beträgt etwa 500 Meter. Dort trifft sie dann auch ihre Freundinnen. Sie erzählt ihnen von ihrem Schwarm, einem 18-jährigen Schlosser, in den sie verliebt ist, und mit dem sie sich später noch im Nachbarort Floss treffen will, der etwa sechs Kilometer entfernt liegt. Scheinbar hat sie einen anderen Jungen gebeten, dem 18-Jährigen eine Nachricht von ihr zu übergeben, in der sie ihm mitteilt, dass sie sich am Nachmittag im Nachbarort mit ihm treffen möchte. Doch der 18-Jährige weiß gar nichts von ihrer Nachricht und dem Treffen und hat wohl auch wenig Interesse an Monika. Das stellt sich auf jeden Fall später heraus. Monika weiß davon aber zu diesem Zeitpunkt nichts und macht sich zu Fuß auf den Weg. Die Freundinnen schauen ihr noch hinterher, als sie so gegen 15.30 Uhr alleine in Richtung Ortsausgang marschiert. Andere Zeugen sehen die Zwölfjährige dann nochmal in der Flosserstraße Richtung Ortsausgang, etwa auf der Höhe der Stichstraße Froschau Richtung Waldkirch. Diese Zeugenaussage wurde aber erst im Jahre 2018 getätigt. Das nur als kurzer Hinweis. Als Monika dann abends nicht nach Hause kommt, verständigen die Eltern sofort die Polizei und geben eine Vermisstenmeldung auf. Kurz danach beginnt dann eine große Suchaktion, die mehrere Tage dauert. Steinbrüche und Stollen sowie die Wälder um Flossbürg werden durchsucht. Zwei Tage nach dem rätselhaften Verschwinden veröffentlicht die Polizei ein Foto mit Beschreibung im neuen Tag, also das ist da wohl die Tageszeitung, mit einer genauen Beschreibung von Monika. Es gibt daraufhin dann einen Zeugenhinweis von einer Rentnerin, die Monika im Nachbarort Floss in einen zitronengelben Opel-Kartett einsteigen gesehen haben will, der zuvor mehrmals neben ihr gehalten hat. Zwei Anfangsbuchstaben des Kennzeichens, an die sie sich noch erinnern, sind LÜ und führen somit nach Lüdenscheid oder Lünen, die beide im Ruhrgebiet liegen. Daher geht die Polizei lange Zeit davon aus, dass Monika auch im Nachbarort Floss angekommen ist. Und von noch etwas anderem geht die Polizei aus, nämlich, dass der Vermisstenfall Monika Frischholz mit einem anderen Verbrechen in Zusammenhang stehen könnte, das sich etwa drei Monate nach Monikas Verschwinden in Hamm abgespielt hat. Denn das Kennzeichen, was die Rentnerin gesehen hat, würde zur Region um Hamm passen. Und zwar wurde dort am 13. August 1976 die zwölfjährige Ahn Hild Uther auf dem Nachhauseweg von einem Jugendzentrum ermordet. Vorher sahen Zeugen sie noch in der Nähe ihres Elternhauses in Begleitung eines jungen, ca. 18 Jahre alten Mannes. Ihre Leiche fand man am nächsten Morgen auf einem Spielplatz in der Nähe ihres Elternhauses. Aber zurück zu Monika. Leider passiert dann erstmal sehr lange Zeit gar nichts und der Vermisstenfall Monika Frischholz wird zu den Akten gelegt, da es keine neuen Hinweise oder Anhaltspunkte gibt. Bis zum Dezember 2018. Als durch einen neuen Zeugenhinweis die Ermittlungsgruppe Froschau von der Kriminalpolizei in Weiden gegründet wird und der Fall somit neu aufgerollt. Um was für einen neuen Zeugenhinweis es sich hier handelt, konnte ich leider nicht herausfinden. Auf jeden Fall geht die Kripo ab dato von Mord aus. Binnen weniger Wochen gehen dann auch 35 weitere Hinweise ein. Einer dieser Hinweise entlarvt dann auch die Spur zum zitronengelben Opel Kadett als Missverständnis. Ermittler machen eine Zeugin aus Floss ausfindig, die Monika damals zum Verwechseln ähnlich sah. Sie konnte sich auch an die Situation erinnern, als sie damals in das zitronengelbe Auto eingestiegen ist. Somit vermuten die Beamten nun, dass Monika wohl nie im Nachbarort Floss ankam. Ich habe ja schon ziemlich am Anfang einen Zeugenhinweis erwähnt, welcher erst 2018 angegeben wurde, nämlich, dass Monika dann nochmal in der Nähe Flosserstraße Richtung Ortsausgang etwa auf Höhe der Stichstraße Froschau Richtung Waldkirch gesehen wurde. Außerdem war Monika morgens mit der Schule am Tag ihres Verschwindens in Waldkirch bei der Kirche. Und es gab einen ganz konkreten Zeugenhinweis auf diesen bestimmten Ort. Daher wird im April 2019 dann dort hinter der Kirche angefangen zu graben. Und was sie dann dort finden, ist wirklich unglaublich. Nachdem die Beamten nun eine Grube ausgehoben haben, finden sie dort vergraben einen komplett türkisfarbenen VW-Käfer. Und tatsächlich konnten diese dann nach so vielen Jahren den Fahrzeughalter ausfindig machen. Es handelt sich dabei um einen bereits verstorbenen Mann aus der Region, der aber wohl absolut nichts mit dem vermissten Fall zu tun hat, wie dann später ermittelt wurde. Ich habe euch trotzdem mal in die Shownotes zwei Links geparkt, wo ihr euch die Bergung einmal anschauen könnt. Unter anderem wurden bei der Ausgrabung dort auch Knochenfragmente geborgen. Diese stellen sich allerdings nach der Obduktion als Tierknochen heraus. 50 Meter neben der ersten Grabungsstelle wurde dann erneut gegraben, allerdings auch erfolglos. Nach Ende der Grabungen gingen dann aber nochmals 20 Hinweise ein. Aufgrund einer der Hinweise wurde dann auch eine Wohnung durchsucht. Weiterhin wurde bei einem ehemaligen Granitsteinbruch ein Weiher nordöstlich von Waldkirch mit Tauchern durchforstet. Eine alte Scheune in Waldkirch oder eher gesagt ein Schuppen, da gerade mal so groß wie eine Garage, wurde dann auch noch durchsucht, da die Besitzer sich wunderten, dass im hinteren Bereich der Beton anders aussah als im Rest des Holzschuppens. Somit wurde die auffällige Betonschicht abgetragen, alles ohne Erfolg. Leider ist daher bis heute trotz 80 Hinweisen seit 2018 nicht klar, was damals mit Monika passiert ist. Traurig ist auch, dass Monikas Mutter drei Jahre nach ihrem Verschwinden verstarb. Der Vater verstarb 1986 und ihr Bruder nach schwerer Krankheit dann im Februar 2019. Somit gibt es keine lebenden Angehörigen mehr. Trotzdem hoffe ich, dass die Beamten den Fall doch immer mal wieder aus der Schublade holen und dieser nicht völlig in der Versenkung verschwindet. Unfall eencase gonna拿s einer 악- knight-verdeckung 1 deütz 3 deutze 4 deutze 4 deutze